Inwiefern senkst du den Altersdurchschnitt am FZI? Gar nicht! Wie kommst du morgens zur Arbeit? Mit dem Zug, mit der Straßenbahn und beim langen Warten? Welches war die lustigste E-Mail, die du je bekommen hast? Einladung zu Kursen, wie man mit schwierigen Leuten umgeht. Was passiert, wenn der Kaffee leer ist? Feierabend! Was denkst du, wie lange du für deine Promotion brauchst? Schon erledigt! Was macht dein Büro zu deinem Büro? Mein Schreibtisch und mein FZI-Pokal. Wie ist das Arbeitsklima am FZI? Gut, im Sommer leider oft Klimaanlage ausgefallen. Wie bist du ans FZI gekommen? Mit der Straßenbahn? Ja, ich wurde gefragt, ob ich Direktor werden will hier. Wie viele Stunden sitzt du auch zu Hause vor dem PC? Brutal, zwischen zwei und vier. Was ist das FZI für dich? Drei Worte. Forschungszentrum Informatik. Die Frage zur Stärkisse und fliegelen ... ... Hahaha